Jo, moin zusammen. Ich wurde gerade introdiert, intro, introduktioniert, weswegen ich diese Folie eigentlich kaum noch brauche. Aber da steht einerseits mein Name drauf, andererseits eine E-Mail-Adresse und die Adresse von meinem super krassen Blog, wo zwei Artikel über Eskel drauf sind. Über Cutter, beziehungsweise generell Morphism und über Extensible Effects. Also, beides coole Themen. Guckt euch die an, ist cool. So, wir wollen heute darüber reden, wie man Eskel schnell kriegt. Wie kriegt man Eskel schnell? Habe ich da wirklich einen Schreibfehler reingebaut? Schreibt sich guaranteed so? Okay, ich habe das gerade aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir, scheiße. So, Eskel kann ziemlich schnell sein, aber man sollte sich da nicht zu viel, das Problem, mein Kopf funktioniert auf Englisch. Ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit auf Deutsch übersetzen, das ist wirklich schwer. Illusionen. Man sollte sich nicht so viele Illusionen machen, dass man damit wirklich an handoptimiertes C mit Assembler rankommt, weil das ist schwer. Ja, aber man kommt ziemlich weit und das mit ziemlich wenig Aufwand. Weiß nicht, wer von euch war bei dem, bei Reitschuss, ne Quatsch, bei dem Pasa, Pasa-Kombinator-Vortrag da? Wow. Fette Ausbeute. Ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Aufwand man tatsächlich ziemlich gute, schnelle Ergebnisse hinkriegt. Wenn ihr euch dran erinnert. Nicht. Okay. Ein kleiner Überblick, was wir heute abhandeln werden, ist, wir werden ein bisschen benchmarken. Kennt jemand Kriterion schon? Nö. Okay, Kriterion ist ziemlich cool. Ich werde ein bisschen über Strictness bzw. Laziness reden. ein bisschen über Boxing und Unboxing und Inlining, was so ein bisschen da dran hängt. Und um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, muss ich ein bisschen über Core reden. Ich wollte das vermeiden, aber es ist nicht möglich. So. Ich muss hier die ganze Zeit für meinen Spickzettel gucken hier. Warum benchmarken wir überhaupt? Wenn wir irgendwas schneller machen können, dann müssen wir erstmal wissen, wie schnell es am Anfang ist. Und die Schritte sollten wir dann, also wenn wir etwas schneller machen, sollten wir das nicht ziellos machen. Deswegen gibt es in Haskell ein wunderschönes Framework namens Kriterion, was, wenn man es darum bittet, einem so wunderhübsche Outputs generiert. Und was die halt tun, ist, das ist nicht so Messezeit, Messezeit, sondern die fangen erstmal damit an, dass sie die CPU vermessen. Wie viel Auflösung die CPU hat, wie viel, also wie schnell das Ganze läuft. Und was sie dann machen, ist eine Reihe von Tests, das sind hier quasi Testnummer und Testzeit, zu machen, zu messen. Und am Ende legen sie da wirklich eine Regressionsgerade durch, betreiben ein bisschen Statistik. Und am Ende kriegt man hier so ein schönes, schönes, also erstmal schöne, schöne bunte Bilder. Und eine sehr genaue Aussage darüber, wie schnell denn jetzt gerade das dauert, was man da messen möchte. In dem Fall sind das hier, das ist so ein Standard-Fibonacci-Nummer-Ausgabe-Dingsi. In dem Fall sind das 24,5 Nanosekunden für den Fibonacci-Dingsi. Bis zur Nummer 1, das ist wirklich nicht weit. Wie benutzen wir das? Kabal kennt ihr, Stack kennt ihr auch. Kabal hat tatsächlich die schöne Funktion, dass man da wirklich Benchmarks definieren kann. Das Ganze ist ein bisschen zusammengehackt, weil das Ganze funktioniert hier über diesen Exit-Code-Händler-Type, der einfach nur eine normale Binary ausführt und wenn die am Ende mit Rückgabewert 1, Gott, Rückgabewert 0 zurückgibt, dann sagt er, hey, ist alles gut gelaufen. Das Ganze braucht Kriterien und was vermutlich ganz wichtig ist, ist das Ganze zu optimieren mit zumindest O2, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn, weil sonst ist man nämlich saularm in vielen Fällen. Das Ganze lässt man dann laufen mit StackBench. Das funktioniert erstmal auch ohne alles, man ruft einfach StackBench aus und dann kriegt man halt auf der Konsole quasi nur diesen Teil hier ausgegeben. Aber wenn man eben diese wunderhübsche HTML-Seite dazu generieren möchte, muss man halt noch relativ umständlich diesen ganzen Teil da mit angeben. Das ist dann erstmal wieder das Setup. Stack kümmert sich dann einfach darum, dass die ganzen Libraries und so weiter runtergeladen wird. Das ist halt Stack, das ist gut. Und so sieht dann eben so ein typischer Benchmark aus. Man hat halt irgendeine Funktion, die wir benchmarken wollen. Man benutzt halt Kriterien und sagt einfach nur hier, ich habe meine Funktion mit irgendeinem Parameter zum Beispiel. Benchmarken wir das. Das funktioniert einfach. Du lachst. Gut. Achso, wenn irgendwie Fragen sind, fragt. Das ist, ich wiederhole Reitschuhe einfach. Man kann Leute mit so einem Kram relativ schnell abhängen. Dementsprechend, ihr habt keine hübschen kleinen Schildchen, aber ihr dürft euch ganz unauffällig irgendwie melden, wenn irgendwie Fragen sind. Gut. Das Problem bei Benchmarken in Haskell ist, dass Haskell eine, also hier, das ist eine pure Funktion. Versteht ihr ja mittlerweile hoffentlich. Gut. Wenn man einfach nur dieses FIP mit 1 oder sowas in die Benchmark-Funktion reinschieben würde, was natürlich eine Higher-Order-Funktion ist, wäre der Compiler komplett frei, einfach das Ganze einmal auszurechnen und dann einfach mit dem Ergebnis zu ersetzen. Das heißt, er würde die Arbeit wirklich einmal machen und am Ende sagt er einfach, ja, habe ich schon, hat jetzt gerade irgendwie insgesamt durchschnittlich 0,5 Nanosekunden gebraucht, jeder Einzelne aufruft. Aber das wollen wir natürlich nicht, weshalb wir den GHC, den Glorious Haskell Compiler ein bisschen austricksen müssen und wir geben ihm einfach eine Funktion, die nicht gesättigt ist. Das heißt, so viel wie, wir müssen mindestens einen Parameter haben, der nicht direkt übergeben wird und das tun wir halt hier einfach, indem wir dieses W-H-N-F, Weak-Hat-Normal-Form, was schlussendlich heißt, die Funktion wird nur bis zum allerersten Ergebnis. Also wenn wir eine Liste hätten von 0 bis 9, das ist erstmal nur die Aussage, generiere mir eine Liste von 0 bis 9, das wird intern in dieses Enum from bis irgendwas umgesetzt. Und die Weak-Hat-Normal-Form von hiervon wäre halt wirklich, ah, Constructor von, generiere mir eine Liste von 1 bis 9. So, das ist die Weak-Hat-Normal-Form. B-H-N-F. Das wollen wir manchmal, das kommt ein bisschen darauf an, was wir überhaupt benchmarken wollen. Meistens wollen wir aber eher die Normal-Form, was halt wirklich die ganze Liste von 0 bis, jetzt habe ich keine Lust, das aufzuschreiben, bis 9 ist. Ja, ich kann einfach ein kleineres Stückchen nehmen. Oder ich lasse es einfach, weil das war nämlich alles erstmal. Dementsprechend meistens, und je nachdem, was man halt will, nimmt man halt NF hier. Wenn man aber zum Beispiel benchmarken möchte, wie lange es dauert, einen Wert in irgendeine Faule, Deutsch ist komisch, eine Lazy-Datenstruktur einzufügen, dann würde ich eher die Weak-Hat-Normal-Form nehmen, weil das eher der typische Use-Case dafür ist. Fragen. Gut. Genau. Das ist halt so ein bisschen das, worauf man aufpassen sollte. Man findet aber auch, wenn man das wirklich benutzt, würde ich nicht unbedingt durch diese Folien gehen, sondern einfach nach Kriterion Tutorial suchen. Die haben ein offizielles Tutorial auf ihrer Seite, was ich tatsächlich nicht verlinkt habe. Aber das findet man ziemlich schnell. So. Was ich, worauf ich nicht wirklich eingehen möchte, aber zumindest einmal erwähnen sollte, ist Profiling, was im Gegensatz zu Benchmarking viel, viel genauer ist, weil wir wirklich sehen können, was von unserem Programm wie viel Zeit benutzt hat. Dazu sagt man hier einfach Stack Executable Profiling, Library Profiling. Und was wichtig ist, ist, dass man dem GHC die Option fprof-auto mit angibt, weil, was dieser Profiling-Build ist, der setzt quasi in jede Funktion einen CAF, einen, ich habe nicht mehr eine Ahnung, was das ist, aber es ist auf jeden Fall eine Stelle, an der er halt geprofilt wird. Die kann man tatsächlich per Hand setzen. Es ist aber tatsächlich einfacher, einfach dem Compiler einfach zu sagen, hier, pack einfach so ein Ding in jede einzelne Funktion rein. Und dann ruft man sein Programm mit den Runtime-Optionen minus P auf, was einem dann eine schöne Datei gibt, die ich tatsächlich... Habe ich die hier? Ja, die sieht so aus. Das funktioniert nicht so gut. Das ist jetzt einfach... Also, das ist so eine Prof-Datei. Und hier kann man einfach schön sehen, das ganze Programm hat 44 Sekunden gebraucht. Und die meiste Zeit wurde halt hier in dieser Funktion Decode Stream With aus dem Modul so und so verbraucht. Und zwar nämlich genau 50% der Zeit und 77,9% des allocierten Speichers. Und daran kann man sich dann eben, also wenn man wirklich gerade im Optimieren ist, kann man daran dann eben gucken, ja, was man optimieren sollte, Profiling halt. Und da immer weiter runter ist halt eine große, große, lange Liste mit allen Funktionen, die halt im Laufe des Programms ausgeführt werden. Genau. Das Problem ist halt, dass wenn... Ich meine, es ist überall so in allen Sprachen, der Profiling-Overhead ist meistens relativ groß. Das hat jemand eine Ahnung von Dwarf? Nö. Okay. Das soll angeblich alles besser machen, aber wird momentan noch nicht so wirklich unterstützt. Das ist das. Genau. Unser erstes Tool, mit dem wir Sachen schneller machen können, ist Strictness. Strictness? Strictness. Warum Strictness, wenn Haskell doch so schön lazy ist? Laziness ist eine schöne Sache. Ich habe da wirklich viel Spaß dran. Man kann tatsächlich einige Algorithmen sehr viel schöner schreiben, einige Datenstrukturen viel schöner schreiben, wenn man wirklich sich auf diese Laziness verlässt. Hatte ich... Wer kennt einen KD-Tree? Das muss ich nochmal kurz erklären. Das habe ich gar nicht vor. Aber nehmen wir mal an, wir haben Punkte in 2D und wollen jetzt fragen, hey, was ist denn der nächste Punkt zu diesem Punkt, diesem Query-Punkt? Jetzt können wir einfach diese Punkte quasi durchgehen und einfach uns den nächsten Punkt merken. ist nicht so wirklich, also gerade wenn wir viele, viele, viele Punkte haben, ist das nicht so effektiv. Vor allem, wenn wir mehrere von diesen Queries irgendwie haben wollen. Weshalb wir den einfach in den Baum einordnen. Und der einfache Teil war, mache ich jetzt einfach mal sowas. Ja, das ist sowieso schon ein Leaf. Das ist auch schon ein Leaf. Und was wir bei der Abfrage tun können, ist dann einfach, wir schmeißen quasi den Punkt rein und gucken, bei welchem Leaf er rauskommt. Und in dem Fall ist es dann wahrscheinlich, weiß ich, der. Warum ist das jetzt spannend? Weil, wenn man sich da auf Laziness verlässt, kann man so eine Funktion ausgeben, die einfach alle Punkte in Reihenfolge ausgibt. Wäre dann einfach hier, das ist der 0. Punkt, der erste Punkt, der zweite, der dritte, der vierte. Und dann kriegt man eine Liste zurück. x0 bis x, keine Ahnung, n. Megal. Und anhand dieser Liste kann man quasi alle Funktionen implementieren, die auf so einem KD-Tree interessant sind. Nämlich quasi der nächste Nachbar, dann gibt man einfach nur das erste Element der Liste aus, die, der heißt KD-Tree, wenn man da die K nächsten Nachbarn, nein, das stimmt überhaupt nicht, aber man kann dann eben auch die K nächsten Nachbarn ausgeben, dann nimmt man einfach die ersten vier von dieser Liste, oder die ersten K von dieser Liste. Und was halt auch spannend ist, ist halt, die Punkte in einem bestimmten Radius, Radius R, rauszunehmen, dann geht man einfach diese Liste durch, und nimmt die Elemente mit Take-While, bis eben dieser Radius zu lang ist. So. Und dann hat man halt mindestens drei Funktionen für den Preis von einer geschrieben. Und das geht halt einfach nur, weil wir uns da auf die Laziness verlassen. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen Side-Tracking. Aber ich finde das cool. Das ist, äh, guckt bei mir auf GitHub, da gibt es eine schöne Implementierung von einem KD-Tree, der sich genau nämlich darauf, ähm, beruft. Ähm, tippt, 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 Data-Sequence. Kennt jemand Data-Sequence? Das ist quasi eine bessere Liste. Die funktioniert, die funktioniert auf 2D-Finger-Trees, und das funktioniert auch nur, weil Haskell-Lazy ist. Gut. Aber, das Problem ist, das hat auch einfach Probleme, wie, hauptsächlich Space, Space Leaks. Space Leaks, ich, ich, ich gehe mal einfach schon mal ein bisschen weiter, ähm, und zwar dahin. Ja, jetzt erst mal. Space Leaks und die Tatsache, dass wir eigentlich eine ziemlich schlechte Intuition dafür haben, gerade wenn man wirklich so das erste Mal mit Haskell in, äh, in Kontakt kommt, oder eben nicht täglich damit in Kontakt kommt. Wie, oder, oder überhaupt, ich nämlich auch, ähm, wie viel, wie viel, wie, wie lange sowas, dauert, weil das hier sieht super, super unverdächtig aus, aber das sprengt mein Computer, wenn ich das über, irgendwie über 10.000 Elemente laufen lasse. Das ist unser, äh, einfache, ein, ein Min, im Rechnen, hier, die, die Summe, also, wir haben eine Liste, x, x, s, folden über die Liste, starten in zwei, stellen mit 0 und jedes Mal für jedes Element addieren wir das Element einfach auf die, auf die linken Counter und inkrimptieren den zweiten, den rechten auf, äh, um 1. Dann haben wir am Ende die Summe und die Länge der Liste. Am Ende teilen wir halt einfach durcheinander. So, Minen halt. Macht Sinn. Sieht da schon jemand ein Problem? Ja, Stefan. Das Fold L. Ja, da hat er recht. Nämlich, okay, was würdest du besser machen? Fold R, weiß ich nicht. Ich hab ganz ehrlich selten das Fold R benutzt. Genau. Das Ganze strikt machen und was er meint ist da einfach so ein kleines Boah, warte mal. Das ist jetzt ein bisschen cool. Ha. So ein kleines Prime. Ich würde das Prime nennen. Da dran zu hängen. Aber beziehungsweise warum? Weil dieser Ausdruck nämlich folgendes macht. Er nimmt das erste Element und packt in das erste Element die die Berechnung okay, 0 plus ah, der Fold von der rechten und der berechnet das nicht. Das heißt, er baut eine riesige Kette da immer noch also nur für die Länge baut er nicht 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 1 plus 2 ist ach Quatsch, 1 plus 1 ist 2 ist 3 ist 4 auf sondern was passiert ist er baut die Berechnung auf 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus und füllt damit den Arbeitsspeicher. Das ist ein bisschen doof. dementsprechend ja das würde eigentlich helfen das hilft du siehst aus als müsste ich was erklären okay nein sag ruhig ähm das Problem ist selbst wenn wir das hier strikt machen also mit diesem Prime hier das ist einfach eine andere Funktion die ist auch nicht im Prelude drin die ist in in der Situation nichts weil nämlich jetzt muss ich gerade mal wirklich in meine Unterlagen gucken ob ich das einfach in der nächsten Folie schon habe nein habe ich nicht ha gut ähm weil der Constructor von diesen 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 Tupel hier der macht das Ganze nämlich wieder lazy so das heißt ähm man baut halt nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 auf sondern baut einfach ähm eine riesige Liste auf mit bau mir ein Tupel 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 und irgendwann ist der Arbeitsspeicher voll und dann explodiert alles beziehungsweise mein Computer hängt sich einfach auf das macht er nämlich gerne vor allem wenn er in den Swap schreiben muss und dann ist einfach Ende so und die Lösung sind dann oder eine Lösung sind dann Bang Patterns Bang Patterns sind einfach nur hier dieses Ausrufezeichen was die halt einfach als Bang bezeichnen ups ähm muss man das ist eine Language Extension muss man also äh aktivieren enablen entweder oben in der Datei mit Language Bang Patterns oder eben den Compiler halt x Bang Patterns mitgeben und das Ganze benutze ich dann folgendermaßen ähm beim Pattern Matching hier schreibt man einfach die Bangs davor und das zwingt den Compiler einfach dazu jedes oder die Runtime dazu immer wenn hier auf dieses Tupel gematcht wird werden diese beiden Werte evaluiert und dann passiert nämlich genau das was wir eben haben wollen dass nämlich 1, 2, 3, 4 und so weiter hochzählt ohne die Computation die äh ja das klingt doof die Berechnung äh ja deutsch ist voll die doofe Sprache ähm die Berechnung aufzurechnen wie auch immer ihr wisst was ich meine wisst ihr was ich meine gut so moin das macht schon mal das habe ich natürlich alles ganz fleißig mit Kriterien gebenchmarked eigentlich nicht diese wunderhübschen html Seiten äh ausgerechnet äh und der Unterschied ist also das ist die Version die die Lazy Version auf einer relativ kurzen Liste und das ist die Version die halt im Akkumulator strikt ist weil Akkumulator von Fold und so gut oh ja 13 Mal ähm also die Liste war in dem Fall irgendwie 100.000 Elemente lang falls euch das interessiert als Alternative dazu kann man noch strikte Datentypen einführen wo man jetzt einfach quasi dasselbe auf dem Datentypen macht dann braucht man halt hier die beiden Ausrufezeichen nicht mehr funktioniert prinzipiell genauso ist halt nur anders kommen wir gleich nochmal zu wenn wir über über Unboxing reden weil Stefan grinst schon weil das sieht man nämlich tatsächlich ziemlich häufig gut Core und jetzt tue ich genau das was was mir verboten worden ist doch nicht habe ich habe ich tue ich übrigens doch nicht ich lasse das ähm Core ist eine sehr 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 einfache Version von von Haskell die irgendwann beim Kompilieren halt irgendwann als Übergangssprache benutzt wird quasi Haskell Code Code wird gepasst wird irgendwie tokenisiert wird entshuggert deshuggert irgendwann wird daraus Core aus Core wird dann irgendwann stg aus stg wird irgendwann c-minus-minus oder lvm-Code und am Ende kriegt man eine binäre Datei zwischendrin ist halt Core ähm ähm es gibt es gibt ein Paper wo halt die externe Version also die die Version die man sich auch angucken kann ähm von Core einmal wirklich ganz 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 haarklein äh beschrieben wird falls ihr euch dafür interessiert ist meiner Meinung nach nicht sonderlich nötig äh weil Core ist äh komplex aber es ist halt nicht so komplex das ist quasi die die komplette Sprache Backus Now Form und hast nicht gesehen ähm ist deutlich einfacher als ich hab versucht sowas ähnliches für C C++ zu finden und selbst ein kleiner kleiner Teil irgendwie die Prefixnotation von irgendwas sind schon so viel Kram dass man den einfach nicht mehr auf Folien packen kann wie wie kriegt man Core Output eigentlich relativ simpel man sagt einfach man geht dem GAC die Option mit Dump Simple Dump Simple heißt gib mir gib mir Core ähm und weil wir das nicht einfach auf der Konsole haben wollen müssen wir vorher das ist das ist wichtig vorher Dump to File ausgeben dann generiert er neben jeder also nicht direkt neben weil es direkt da so ein bisschen versteckt ähm generiert er halt große Dateien mit ganz 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 vielen Infos drin und damit das nicht ganz so viele Infos sind äh suppress man halt einfach möglichst viel davon ich benutze einfach das da das ist irgendwo in meiner Bash History drin und ich das das ist okay da kriegt man Dateien raus die einigermaßen schön sind und wie sieht das aus so sieht das nämlich aus und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht dafür weil das ist nämlich einfach ein riesiger Block an an Text aber wir werden jetzt einmal gerade ganz 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 kurz durcharbeiten weil es ist nämlich nicht so so kompliziert wie es aussieht weil in dieser Datei sind für jede Funktion die in dem Modul definiert wird ist meistens meistens steht irgendwo ein Einschließpunkt die Funktion von oben hieß wo ist sie denn ah ok die hieß not so mean das habe ich in den Folien geändert die heißt im Code irgendwo mean5 weil ich habe bestimmt zehn verschiedene mean Versionen irgendwo mal geschrieben zwischendurch und die hat den Typ Double to Double also Double List of Doubles to Double und dann sieht man hier schon ja hier das sieht aus wie ein Lambda und dieses Lambda diese Lambda Funktion nimmt halt einfach eine Liste wo ist mein Pointer nimmt eine Liste und schiebt die halt ok die sollte erklären Case Case funktioniert quasi wie das Case in Haskell bis auf das hier im Gegensatz dem Case in Haskell hier ist Case wie es wirklich eine Evaluierung heißt und nicht wie in Haskell dass dazwischen noch irgendwas lazy sein kann es gibt auch noch Let das sehen wir jetzt gerade nicht Let ist quasi eine Definition in Core die auch lazy sein kann so das heißt er ruft hier wgo das ist quasi ein Worker für die Funktion go die ist hier oben definiert auf mit einer ganzen Reihe von Parametern w die Liste 0,0 ein Double auf diese Hashes kommen wir gleich und 0 ein Int und gibt zurück ein Double und ein Int in einem Tupel da das ist ein Tupel und danach evaluiert er halt b1 b1 ist der erste Member von dem Tupel und rechnet daneben Int to Double auf dem zweiten weil es halt ein Int ist muss in Double übersetzt werden und teilt die durcheinander kriegt w3 ww3 raus und gibt die ww3 wieder zurück so was machen diese ganzen Hashes da die Hashes alle alle Datentypen alle Funktionen wo so ein Hash hinter ist das ist wirklich verwirrend weil dieser Dings hier den Pointer schluckt alle diese Hashes sind wirklich Maschineninstruktionen oder werden irgendwann zu Maschineninstruktionen das heißt wenn hier wirklich steht funktioniert der irgendwie die Hälfte Zeit nicht wenn hier wirklich steht ww1 also das ist alles in Präfixnotation was sagt das allen was gut wenn hier wirklich steht ww1 durch ww2 dann wird am Ende wirklich ein Assemblerbefehl geteilt durch so dementsprechend wollen wir dass möglichst viel von unserem Code einfach mit diesen kleinen Hashes irgendwie versehen wird das hier sind auch ein Tupel ist ein quasi ein striktes Tupel ist da wirklich irgendwo im Speicherbereich sind da wirklich zweimal acht Byte in denen ein Double und ein Intrin steht und das hier sieht quasi genauso aus wie unsere Funktion von vorhin er nimmt die Liste matcht auf dem dem leeren Constructor wenn da irgendwas drin ist dann schmeißt er halt einfach die ersten Werte da rein wenn der der hat auch einen Namen oder cons richtig der cons Constructor wenn er auf dem Const Constructor pattern matcht dann rechnet er das passt da hinten nicht mehr ganz auf die Folie drauf rechnet er einfach den Akkumulator plus den aktuellen Wert und hier hinten da steht noch irgendwo zweiter Akkumulator plus 1 so wo ist das Problem das Problem an dieser Stelle ist jetzt wirklich das sind alles geboxte Tupel geboxte Doubles da ist kein hier sieht man kein Sternchen dran und ein geboxtes Double ist immer hier da pattern matchen wir auf dem geboxten Tupel geboxten Double Tupen ja geunboxt ist ja und unboxt heißt wirklich ne ich bin einfach noch nicht gut im erklären ähm genau die Frage war nach dem Unterschied zwischen einem geboxten und einem angeboxten Double ein angeboxtes Double ein unboxtes Double ist wirklich ein Double irgendwo im Speicher das da einfach so rum rum idelt hoffentlich in irgendeinem Register weil die sind schnell und ein geboxtes Double oder generell ein geboxtes Datentyp sind halt immer ähm ein Maschinenword auf 64 Bit also wirklich 8 Byte Header und dann die eigentliche Zahl dahinter das heißt wir haben da schon mal einen Overhead von wirklich quasi doppelt so viel das ist wirklich nur für das für das für das geboxte das ist tatsächlich in allen Sprachen so also allen Java hat auch eigentlich hauptsächlich geboxte Typen das ist der Unterschied zwischen dem Integer und einem Int großgeschrieben klein das ist die geboxte Variante genau das ist der Constructor genau also das ist halt wirklich ein Constructor der wird vom 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 Runtime System zum Beispiel benutzt um da Garbage Collector Informationen reinzuschreiben und der geunboxte genau das ist halt wirklich nur eine eine Zelle ein Word in dem halt wirklich nur eine Wert drinsteht und das Problem ist das kann halt einfach in Haskell nicht gut existieren weil Haskell braucht halt überall die Garbage Collector Informationen es passiert aber trotzdem GHC ist da schlau und im Idealfall werden dann wirklich Sachen halt in den beim Funktionsaufruf geunboxt übergeben oder liegen wirklich wie im Fall von diesen Akkumulatoren hoffentlich in irgendwelchen Registern drin der Vorteil ist das hier liegt wirklich auf dem Hieb das liegt irgendwo im Speicher muss jedes Mal geholt werden muss jedes Mal geunboxt werden hier das ist dieser Schritt dieser Schritt macht das ganze langsam weil er muss jedes Mal wenn er einen geboxten Double irgendwie auf den Akkumulator drauf rechnen möchte muss er den muss er den hier unboxen gucken was drin steht das heißt er kriegt wirklich nur erstmal nur so ein Block so ein Pointer also Referenz eine Referenz irgendwo hin muss dem Pointer folgen muss dann gucken ist das wirklich ein Double da steht ein Double drin dann holt er den Wert raus und rechnet den da drauf das ist wirklich genau das was es heißt es ist eine Kiste in dem steht ein Double drin das ist die Zusammenfassung ja das ist quasi die Zusammenfassung wir wollen diese Hashes sehen weil Hashes sind geunboxte Sachen Hashes sind gut Hashes sind schnell Unboxing nach dem was wir jetzt wissen weiß kann irgendwer grob erahnen wie viel wie viel Platz dieser Datentyp verbraucht sind tatsächlich 56 56 Byte sieben Maschinen wird und zwar der der Datentyp Intpair hat einen Constructor der wird halt auch für den ganzen Garbage Collector Kram verwendet und zwei Felder diese Felder sind immer immer Referenzen auf einen geboxten Datentypen das ist halt quasi genau das was ich hier angemalt habe man hat den Header in dem Fall Int in dem Fall Double und den eigentlichen Wert das heißt einfach nur für diese 16 Bit Informationen die man da eigentlich speichern möchte verwendet man plötzlich 56 Byte Die Frage war warum also es ist warum da nicht noch eine Dereferenzierung zwischen ist das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein Datentypen da steht halt wirklich irgendwo steht halt wirklich steht halt also steht da natürlich nicht aber konzeptionell steht das irgendwo Data I Hash ist gleich I Nee Quatsch da steht sogar Data Int ist gleich Schlecht geplant Data Int weil das ist nämlich quasi das was was man als Data Int also als Int Datentypen benutzt Das ist Data Int ist ein hat einen Constructor der heißt halt I Hash und Wrappt halt einfach nur einen Datentypen vom Typen Int Hash und Int Hash ist halt wirklich ein Maschinen Integer der so auch in Registern liegen kann gut das können wir ganz einfach lösen indem wir nämlich genau das tun was wir gerade schon mal in uns hinein gelacht haben zum Beispiel Stefan hat das getan man sagt dem GHC einfach entpack das doch einfach problem gelöst und das führt dann halt wirklich dazu dass man nämlich genau das hat was wir eigentlich wollen wir haben den Constructor IP da Constructor IP und in dem Constructor in demselben direkt dahinter im Speicher liegen halt einfach zwei Impakte Integer gut das heißt den die Constructor hier brauchen wir schon gar nicht mehr Frage ja was fällt denn da jetzt alles weg ist die Frage um genau zu sein vier words achso man kann sich zum Beispiel nicht mehr in Listen tun weil die Listen habe ich hier weil die Listen nämlich wirklich so gebaut sind dass die immer auf eine Referenz irgendwie arbeiten dass sie immer dass sie immer eine ja immer eine Referenz drin haben du kannst keine Unboxed Listen bauen das geht nicht weil du kannst einfach diese photomorphischen Sachen kannst du nicht auf geunboxed Typen machen ich muss mich ranhalten ähm ein touché ja ähm genauso Higher Order Functions kannst du wenn du Pech hast nicht benutzen das Gute ist wie wir machen uns da tatsächlich selten Gedanken drüber weil wenn wir das so schreiben dann arbeiten wir konzeptionell immer noch mit ins das heißt wir können unseren Code ganz normal schreiben und der GRC kümmert sich eben alles was da intern geunboxed wird hoffentlich gut genau äh wir brauchen nur noch 24 Byte für unsere 16 Byte Daten und das ist halt auf dem 64 Bit System und das liegt einfach daran dass halt hier der Header halt immer so und so groß ist doof ähm was gewinnen wir wir gewinnen Cash Locality einfach dadurch dass er halt nicht mehr irgendwo quer irgendwelche Pointer verfolgen muss sondern einfach diesen Block mit hoher Wahrscheinlichkeit schon im Speicher liegen hat oder eben in irgendeiner Cashline sagt jedem Cashline was gut das sollte ich vielleicht ich rede da immer drüber relativ selbstverständlich es ist nicht so wirklich wichtig gerade aber was halt wirklich passiert ist dass wir auf der untersten Ebene unseren RAM haben im Prozessor es geht jetzt wirklich darum um die um die Implementierung auf Hardware in Hardware Ebene im Prozessor weil auf Programmtechnologer Seite können wir da gar nichts an ändern wir müssen nur immer ein bisschen im Auge haben dass sowas existiert so auf der untersten Ebene haben wir wirklich den RAM dann haben wir irgendwie irgendwie frag mich wo sind wir heutzutage mehrere Cash Levels weil ich weiß nicht weiß jemand wo wir heutzutage wie viele Cash Level wir haben ich glaube vier die du hast fünf ist ist relativ gleich was man darüber wissen muss ist dass die immer schneller werden die werden immer kleiner und immer schneller das heißt wenn und ganz oben sind halt die Register davon haben wir höchstens ein paar tausend weshalb ist das wichtig jedes mal wenn wir auf den Arbeitsspeicher zugreifen sagt der Prozessor hey Arbeitsspeicher hol mir das doch mal fragt den Level 1 Cash hey ist das da gerade da nee dann fragen wir den Level 2 Cash okay fragen wir den Level 3 Cash und im Level 3 Cash ist es dann wird es wieder hoch gereicht und im worst case kann man da dauert es wirklich irgendwie vom Prozessor bis zum RAM sind es irgendwie 140 Instruktionen also 140 Taktzüge das ist eine Zahl die ich mir gerade aus dem Hut zaubere aber die ist halt tatsächlich relativ groß und deshalb will man halt einfach dass möglichst viel möglichst wirklich auf den hohen Cash Level oder noch besser wirklich in den Registern liegt deshalb wollen wir unsere Daten möglichst klein möglichst am Stück und möglichst mit wenig Päutern dazwischen haben das war so ein ganz ganz kleiner Ausflug in Cash Locality Cash Optimisierung aber das spielt da halt mit rein okay das war dann ein bisschen Ausflug zu wenig die Frage war ob jetzt die Cashline dieser ganze Baum da ist nie die Cashline ist quasi je nachdem in welchem Level man ist ein bestimmter Bereich daraus der immer im kompletten Stückchen selbst wenn man wirklich nur den erst das erste Byte davon anfragt immer als komplettes Paket da reingeladen wird und deshalb meinte ich vorhin dass jedes Mal wenn man hier auf diesen Block zugreift selbst wie gesagt wenn man nur auf das erste Byte zugreift werden die nächsten lass mich lügen 128 Byte oder so gleich auch mitgeladen und dementsprechend die beiden Felder wenn man dann darauf zugreift sind schon im Arbeitsplatz sind schon in den höheren Regis Cash Levels und diese Cash Line ist halt einfach nur wie groß dieser Bereich ist der geladen wird mehrere viele nebeneinander also es ist das ist jetzt gerade ein bisschen sehr tangential aber schlussendlich diese 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 Cache Datenbereiche sind halt in Cash Lines aufgeladen aufgeteilt und jedes Mal wenn vom Level 4 Cache was geladen wird wird das immer als Ganzes komplett in den höher gelegenen Cache eingeladen und jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster weil ich weiß es nämlich auch nicht genau ich behaupte diese Breite ist halt auf allen Cache Ebenen dieselbe so das heißt jedes Mal wenn man das hier lädt aus dem Rahmen wird das TAKTAKTAKTAKTAKTAK mit wenig Verzögerung hoffentlich in die höheren in die schnelleren Cache Levels geladen so jetzt muss ich erstmal wieder hier reinkommen weil da sind wir gerade sehr tangential abgegangen genau wo das tatsächlich nicht hilft oder was was wir dadurch verlieren ist nämlich genau die sind nämlich genau die Pointer das heißt so viel wie wenn jetzt wenn wir den zweiten Wert ändern wollen müssen wir auch immer den ersten Wert ändern oder zumindest neu schreiben weil wir nehmen dann immer den Teil schreiben ihn irgendwo anders hin und packen und packen rechnen auf den zweiten Teil rum das ist bei so einem kleinen Teil nicht wirklich schlimm aber wenn man sich wirklich vorstellt dass man einen Datentyp mit 1000 Werten drin hat oder so jedes Mal wenn man einen kleinen Wert ändern möchte den kompletten 1000 noch was Datenbereich neu zu schreiben ist halt doof das verlieren wir halt genau das ist nochmal Zusammenfassung davon so jetzt haben wir in unserer kleinen Min-Funktion tatsächlich eine Liste von geboxten Doubles was tun wir dagegen da müssen wir ein bisschen ah genau das ist da kam das Bild gerade her das ist halt eine Liste von geboxten Werten sprich man hat für jeden Constructor hat man eine Referenz auf einen Wert und eine Referenz auf den nächsten Wert auf den nächsten Wert und wenn der nächste Wert halt der Endwert ist dann ist die Liste zu Ende da hier steht shared dran weil wenn man einen Daten Constructor hat der keinen Parameter hat dann wird er nur einmal irgendwo im Speicher allokiert aber darum soll es jetzt nicht gehen die Bilder habe ich alle aus dem Vortrag geklaut steht auch irgendwo nicht dass es am Ende heißt ich würde hier keine credits geben genau das heißt jedes mal wenn wir diese Liste durcharbeiten müssen müssen wir die ganze Zeit irgendwelche Pointer folgen schön wäre es natürlich wenn wir jetzt einfach wie in C einfach ein Array hätten einen Speicherbereich wo einfach unsere Werte drinstehen und genau das gibt uns halt das Vektor Paket Vektor gibt uns halt einfach diese typischen C like Arrays sind 0 0 geindexed und kommen tatsächlich irgendwie in 7 verschiedenen Ausführungen wobei Data Vektor eigentlich nicht wirklich was anderes ist als das hier nur eben dass diese Referenz immer wegfällt da man quasi einfach langen Speicherbereich welche dem halt Pointer auf andere Sachen sind was uns mehr interessiert ist Data Vektor Unboxed und das ist nämlich genau das was unser C Array ist es ist einfach ein Speicherbereich wo einfach Stück an Stück an Stück an Stück ja Werte drinstehen und das Problem ist also der 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 die haben halt eine Type Class Constraint nämlich Unboxed weshalb hier steht halt man braucht für die Datentypen die man da reinpackt eine Unboxed Instanz die ist gegeben für Ins für Doubles für die meisten kleinen Typen aber wenn man für seine eigenen Datentypen sowas haben möchte dann kann man die DHC deriven lassen ist aber nicht so schön wie man das vielleicht hätte ich hoffe das ändert sich so ein bisschen steht alles in der Dokumentation von dem Paket mit drin kann man da nachschlagen wenn man das haben möchte aber da es jetzt gerade wirklich nur um geunboxed Doubles geht ist das erstmal egal dazu gibt es noch Data Vector Storable was im Prinzip dasselbe ist auch ein Speicherbereich auf in dem einfach irgendwelche Werte drinstehen der ist aber speziell dafür da um halt wirklich in andere über das Foreign Function Interface in C-Code irgendwie zu zu callen oder über weiß ich zu OpenGL oder so sich zu unterhalten die gibt es alle nochmal in einer Mutable Variante wo man halt in solange man in IO oder ST ist hat ST schon mal jemand gesehen ST ist quasi wie IO IO weiß jeder ja ST ist ja nicht ST es ist quasi quasi sowas also ST ist quasi ein schwächeres IO dass man eben mit run ST überall auch in purem in pure so in pure das ist schon wieder falsch in reinem Code in reinem Code das klingt wirklich falsch auch in reinem Code aufrufen kann so nach dem Motto wenn meine Frau nicht mitkriegt was was ich da hinter ihrem Rücken für Müll mache dann interessiert sie das auch gar nicht Jonas guckt doof aber das ist das Prinzip dahinter genau wie benutzen wir das eigentlich ist auf den Vektoren eigentlich ungefähr alle Funktionen definiert die auch auf Listen definiert sind deswegen ich war da ein bisschen faul hat dann statt dem fault wirklich die Sum genommen was hier funktioniert was für die Listen nicht funktioniert weil um die Länge der Liste zu bekommen müssen wir einmal durch die Liste durchgehen und sie zählen der Vektor weiß das einfach weil er weiß wie lang er ist weshalb das Ganze hier zusammen fällt jetzt ist die Frage warum habe ich hier einmal eine Polymorphe und eine mit nicht Polymorphe Monomorph Monomorph klingt gut auf jeden Fall eine komplett spezifizierte Version von diesen Werten von dieser Funktion hingeschrieben das versteht jeder hoffentlich oder ja nein vielleicht gut schlussendlich ist das selbe Mean was wir vorher auch schon hatten nur eben dass wir jetzt nicht mehr einmal parallel die Liste durchlaufen sondern wir können uns die Länge holen wir holen uns die Summe Erste Klasse Grundschule und so das Problem ist dass die Polymorphe Version deutlich langsamer ist als die voll spezifizierte und woran liegt das wollt ihr den Core Code dafür sehen ich ähm ok kannst du den ich glaube das kannst du einfach mal kleiner machen kleiner machen kleiner machen ich suche das gerade mal aus das ist ganz schön klein ähm so Min 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 6 und 7 sind das so das ist die Polymorphe Version und das Core ist hässlich Core wird sehr schnell kompliziert ich verstehe Core nicht ich kann da ein bisschen grob durchgucken aber was da alles passiert das ist komplett über meinem meinem Kopf ähm aber hier das ist dieser das ist der Bereich wo wirklich die Summe gedingst wird berechnet wird ja und ähm hier steht so ein kleines Box drin und was da wirklich passiert ist dass er in dem also dadurch dass die Funktion polymorph ist kann die Funktion wie sie da steht hat keine Ahnung was sie da kriegt das heißt sie muss jedes Mal eigentlich gucken was ist gerade in dieser Box drin und genau das passiert hier nämlich kann sie nicht aus einem ganz bestimmten Grund äh ja Mist äh genau die 7 hätte ich gerne da einmal das ist die ähm zum Vergleich einmal gerade ich komme gleich darauf zurück ähm das ist zum Vergleich dazu die die Version die halt mit den voll spezifizierten Werten äh da ist und da fällt direkt ins Auge hier da steht irgendwo drin Index Double Array ich habe ein Double Array ich kann damit wirklich direkt darauf zugreifen ich weiß dass da Double drinstehen warum kann ich das vorher nicht kannst du die äh die links wieder aufmachen achso ne ne ich meine die Folien genau warum kann ich das nicht weil diese Funktionen in einem Modul spezifiziert sind und die Benchmarks und die Benchmarks in einem anderen und GRC und deshalb kommen wir nämlich jetzt auf Inlining aha also ob ich das geplant hätte ähm wenn das hat mich jetzt rausgebracht das macht nichts ich habe dich angesprochen ähm genau die die Min Funktionen sind im Modul Min definiert und die Benchmarks sind im Modul Main also Benchmark Main ähm definiert GRC inline prinzipiell kleine Funktionen immer aber mit der Ausnahme nur innerhalb von Modulsgrenzen sprich er hat ähm er weiß an dieser Stelle gar nicht ähm er hat keine Möglichkeit zu wissen wie diese diese Min Funktion aussehen soll weil er nicht weiß was für Parameter da reinkommen das heißt er äh definiert wirklich eine Polymorphe Funktion die auch zur Laufzeit noch Polymorphe ist babababam so was tun wir dagegen wir schreiben da einfach inlineable vor äh drunter damit sagen wir einfach GRC hey diese Funktion ist vollkommen äh gut wenn du die inlinest äh mach das bitte es gibt noch ein inline also inlineable oder inline inline zwingt GRC diese Funktion ein zu inzuleinen einzuleinen zu ja ich sag ja das ist alles einfacher wenn man das einfach auf Englisch macht weil da muss man sich nämlich nicht die ganze Zeit diese doofen Wörter irgendwie übersetzen ähm es ist generell also GRC ist tatsächlich ziemlich smart wenn es darum geht Sachen äh inzuleinen in einzelne in andere Code-Teile einzubetten wie auch immer to inline ja zu ersetzen ersetzen ist ein schönes Wort mh weswegen es meistens sinnvoller ist inline äh inlineable zu benutzen weil das ist quasi einfach nur die Erlaubnis für den GRC diese Funktion auch über Modulsgrenzen zu ersetzen okay inlining ist tatsächlich ähm ich hätte mir so ein ganz ganz simples Beispiel überlegen sollen aber zum Beispiel äh nö also wenn ich jetzt wirklich irgendwo eine Funktion habe die add heißt a plus b und die im Modul keine Ahnung add die Datei add hs drin ist und ich irgendwo anders zum Beispiel in main die Funktion habe äh ja keine Ahnung die auf jeden Fall das benutzt halt irgendwo add 1 plus 2 dann passiert da folgendes wenn diese Funktion aufgerufen wird wird wirklich eine neue Funktion aufgerufen äh ein neuer Stack auf dem dem Call-Stack angelegt äh ein neuer Stack Eintrag auf dem Call-Stack angelegt dann wird die Kontrolle an diese Funktion übertragen und das dauert einfach das äh da werden Daten hin und her kopiert einfach nur um einmal Plus zu rechnen Inlining heißt einfach nur dass ich dieses dieses Plus hier dieses Plus hier nehme und naja ja das hätte auch funktioniert einfach da wirklich hinpacke also wirklich wörtlich genommen ich nehme eine Zeile und packe die irgendwo anders hin Inlining Ersetzung gut ähm das wirkt erstmal sich nicht auf die polymorphen Funktionen aus sondern darauf dass der dass der Compiler einfach an der Stelle ähm an der die Funktion aufgerufen wird plötzlich wissen kann was da überhaupt für Daten reinkommen das heißt der kann dann nochmal die Funktion besser optimieren das war wirklich der Unterschied ich meine wir wissen an der Stelle dass da irgendwie ein Vektor mit Doubles reinkommt das weiß der Compiler an der Stelle nicht der ruft wirklich eine polymorphen Funktion auf und dadurch dass wir das ein inleinen kann er sagen okay hey ich weiß hier an dieser Stelle dass ich ein Array einen Vektor mit Doubles habe das heißt ich nehme einfach die also nicht diese Variante weil das ist eine andere Funktion aber ich spezialisiere diese Funktion hier einfach auf dieselbe und wenn das passiert dann sind plötzlich die beiden Funktionen auch tatsächlich gleich schnell kein Code geändert aber gleich schnell da die beiden der einzige Unterschied zwischen dem ersten Benchmark und dem zweiten ist halt wirklich dass ich hier unten noch einen Inline Inline Nebel dran geschrieben habe was dem Compiler erlaubt hat diese Funktion aus dem einen Modul rauszunehmen an der anderen Stelle zu inlinen da zu wissen was für Datentypen da überhaupt reinzukommen und dann eine spezialisierte Variante von dieser Funktion da an die Stelle zu zu kompilieren macht das Sinn? Gut weil der Compiler das nicht darf es gibt da keinen guten Grund für wie gesagt der Compiler macht das an aller Stelle noch nicht über Modul Grenzen und der einzige Unterschied zwischen diesem Inline Nebel und dem Nicht Inline Nebel ist halt dass du ihm die Erlaubnis gibst über Modul Grenzen zu Inline ersetzen Jein Stefan will was sagen Ja das bringt wirklich Vorteile weil wenn du Inline und irgendwelche X Sachen machst 20 oder sonst jem was dann möchtest du nicht dass andere Leute schieben die bei ich also Nachteile von Inlining sind immer dass die dass die Binary größer wird weil du einfach stell vor du hast einfach nicht nur ein kleines Plus da sondern irgendwie berechne mit die Weltformel und jetzt benutzt du die Weltformel einfach überall in deinem Programm und ersetzt den Teil halt immer und allein der Binary Code von der Weltformel sind 42 Byte oder sowas das macht keinen Sinn aber der Code von irgendeiner Funktion sind keine Ahnung 1000 Byte oder sowas und den ersetzt du überall dann wird durch jede Ersetzung dein Programm Code einfach 1000 Byte größer das wiederum weil nämlich der Code auch über diese Cacheline Architektur quasi geladen wird macht dich dann im Endeffekt wieder langsamer selbst wenn du den den Code selbst wenn du den perfekten Code überall in deinem Programm verteilt hast kann es einfach sein dass dadurch dass du den von überall auch laden musst weil der Prozessor hat keine Ahnung dass es derselbe Code ist dass du dadurch wieder langsamer wirst deswegen Inlining kann schlechter sein deswegen sollte man tatsächlich den GHC einfach erlauben das zu machen wenn es gut ist und das ist genau das was Inline Mable tut so Some things to consider genau was nämlich auch darauf Einfluss hat ist Exportlisten von Modulen was einfach nur heißt dieses Modul exportiert nur Bar und Buds die Funktionen Bar und Buds was heißt alle anderen Funktionen die in diesem Modul definiert sind sind einfach nicht die sind von außen nicht besichtbar das gibt dem Compiler da schon die Möglichkeit alle anderen Funktionen die innerhalb dieses Moduls definiert sind einfach weg zu inline weg zu optimieren also meistens gut und was man tatsächlich auch machen kann ist wenn man weiß dass mir zum Beispiel unsere unsere Min Funktion immer nur oder oft mit Doublen aufgerufen wird kann man dem Compiler sagen ja das passiert so oft mach doch bitte mal eine spezialisierte Version dafür schon mal fertig und dann wenn die dann benutzt wird kannst du die einfach benutzen dafür ist halt wirklich dieses Specialized dafür da die funktioniert folgendermaßen man nimmt halt einfach die Funktion und schreibt halt einen Typen eine Typ Definition wie auch immer schreibt auch den Typen da dran und dann generiert der Compiler halt nicht nur die Polymorphe Version davon sondern auch die Version die man angeht das kann man das geht glaube ich zu weit genau 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 und dadurch wird tatsächlich auch der Code nicht also nur einmal größer weil das halt nicht inlining ist da kommen halt nicht einfach quer im Programm überall irgendwelche neuen Codeblöcke dazu sondern dafür wird wieder eine Funktion definiert und da springt der springt die Ausführung einfach immer hin gut genau das das war der das war die Benchmarks am Ende also wir sind von 40 Millisekunden am Ende auf 339 Mikrosekunden runtergekommen das war schon mal ganz gut es ist nur eine kleine Miene-Funktion deswegen das zu optimieren macht nicht viel Sinn aber benutzt Data Vector Unboxed wenn ihr wirklich Daten habt die da gut drauf fassen versucht die Sachen möglichst strikt zu halten ich komme da gleich nochmal drauf ich habe tatsächlich noch irgendwie so eine Zusammenfassung am Ende ich habe noch so ein paar Bits and Pieces die die einfach so zwischendurch mal aufgekommen sind die meiner Meinung nach sinnvoll sind und das erste ist Go Functions ich nenne das Go es gibt keinen offiziellen Namen dafür aber wenn wir uns das mal angucken hier wir haben eine Funktion die hat zwei Parameter ein A was irgendwie irgendwas ist was wir verrechnen können und eine Liste von Sachen das Ganze ruft einfach nur die Go-Funktion auf die rekursiv einfach so lange läuft bis diese Liste leer ist ist nicht ein gutes Beispiel aber worauf ich hinaus will ist dadurch dass man hier einfach noch eine kleine Subfunktion definiert hat diese Funktion das A in dem übergeordneten Scope und das ist tatsächlich eine Art von Bug in dem Compiler der diese Variante ist schneller als wenn wir das Ganze rekursiv aufrufen also wenn wir bar rekursiv aufrufen würden und das kommt einfach sehr 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 oft vor dass wir eine Funktion haben bei mir kommt das oft vor weil nehmen wir du hast eine Funktion mit sieben Parametern und der letzte davon ist irgendwie eine Datenstruktur über die du irgendwie drüber läufst wenn du also ich weiß nicht in welchen Situationen das genau passieren kann aber teilweise ist es so dass der Compiler wenn du es falsch machst diese ganzen Parameter einfach mitschleppt und dem beugt man halt vor indem man einfach in jeder in jedem Fold in jedem Map einfach so ein Go mit reinschmeißt das macht den Code auch so ein bisschen übersichtlicher kann ich kann ich nur als Herz legen müsste ich nochmal raussuchen was genau das Problem ist generell immer nehmt die richtigen Datenstrukturen und die richtigen Algorithmen für euer Problem wenn wir wirklich den den Minen und den die Varianz ausgerechnet hätten haben wollen da gibt es bessere Algorithmen für die beide gleichzeitig ausrechnen und auch noch mathematisch stabil sind Data Vector statt Liste hatten wir schon macht meistens Sinn außer wir wollen die die Liste wirklich benutzen um um Sachen zu streamen oder um wirklich auf unendlichen Datenstrukturen zu arbeiten das ist aber meistens nicht der Fall das sah so aus wie ähm wichtig Data Text statt String weil String ist nämlich auch eine verkettete Liste und ist auch irgendwie nicht so schön da gibt es das schöne Modul Data Text für ist auch Unicode kompatibel äh funktioniert besser kann sogar Stream Fusion ähm sprich zwei Funktionen die auf demselben Text arbeiten fusionieren einfach hier das mit dem Dings hier und so ähm ist dann schneller dadurch ähm ähm man kann wirklich überlegen es gibt es gibt alternative Preloads Preloads sind einfach die ganzen Funktionen die einfach sofort im Scope sind wenn man eine Datei öffnet ähm gibt es das Basic Preload was halt tatsächlich diese ganzen Sachen schon hat da ist halt einfach String als Text definiert und dann funktioniert das einfach besser ähm das habe ich tatsächlich aus einem anderen Vortrag geklaut also auch aus diesem diesem Performance äh Siri Hack Vortrag weil ich weiß nämlich auch nicht genau was das ist aber er meint das ist wichtig das ist nämlich wenn man aus ähm monatischem Code klingt gut klingt auch auf Deutsch gut auf äh aus monatischem Code irgendwas berechnet also irgendwann man holt sich irgendwie ähm monatisch irgendwelche Sachen rechnet dann da drauf dann ist das natürlich wieder Lazy und wenn man das einfach zurückgeben würde würde man einfach die Berechnung dafür zurückgeben ähm dem kann man vorwirken vorwirken ähm indem man einfach hier dieses dieses Dollarzeichen Ausrufezeichen ist genauso wie diese Bang Patterns funktioniert genauso wie ein wie ein Dollarzeichen überall anders also als Klammerersatz aber das Ausrufezeichen zwingt halt die die Berechnung erst das heißt diese Funktion würde wirklich den Wert von x x Prime äh zurückgeben und nicht die Berechnung um diesen Wert zu kriegen benutzt kein Lazy IO weil Lazy IO geht meistens irgendwie schief da gibt es so ein paar schöne Alternativen für äh Pipes ist hier der der Gabriel Gonzales der das macht ich weiß bin ich ganz so sicher was ich von einem Typen halten soll der ist ein sehr netter Typ mit dem habe ich schon eine ganze Weile unterhalten aber äh der ist ein bisschen suspekt aber es ist ein cooles Paket theoretisch fundiert und so äh Conduit ist von dem Snowman Snowman der heißt Snowman nee Quatsch IO Streams ist von ist auch egal von wem das ist äh Conduit wird in einigen Webframeworks benutzt IO Streams ist quasi das ganze in Light weshalb ich das erstmal empfehlen würde was das einfach nur tut ist man kann sich quasi blockweise Funktionen definieren die quasi einen Eingabewert oder einen Ausgabewert hat okay das sind Funktionen immer ähm aber da kann man sich quasi einen Block Code bauen der einfach elementweise zum Beispiel Zeilen aus einer Datei liest und warum ist das gut weil das ganze nicht lazy ist weiter sorry ähm man kann den GRC noch ein bisschen treten um schnelleren Code zu erzeugen generell wenn man wirklich schnellen Code haben möchte sollte man auf jeden Fall hier dieses Optimierungs Factor setzen dieses O2 das ist einfach Optimierung Level 2 ähm Access Precision ist auch wieder so eine Art Erlaubnis an den Compiler Nämlich ähm mehr Präzision zu benutzen in den in den seinen Floating Point Operationen das genau das heißt die ähm die Register im Prozessor sind sowieso irgendwie 128 Bit aber wir arbeiten mit 64 Bit Datentypen das heißt wenn er wirklich IEEE 754 754 kompatiblen Code erzeugen müsste muss er jedes Mal wenn er eine Floating Point Operation berechnet in diesen 128 Bit müsste er das auf 64 Bit äh trunk katern trunk hier abschneiden abschneiden ähm um das ganze IEEE konform zu halten dafür muss er aber quasi jedes Mal wieder irgendwie äh zurück und zum Register und zwischen Prozesse und zwischen CPU und Register immer hin und her springen weshalb das Ganze langsamer ist als ihm einfach zu sagen ja dann behalt doch einfach die Präzision dann ist das Ergebnis schneller und präziser es ist halt nur nicht mehr IEEE 754 konform meistens will meistens will man das weil mehr Präzision mehr schneller ähm was man tatsächlich auch tun kann ist der GRC wie gesagt äh macht Core macht STG raus macht C- minus minus raus generiert daraus C-Code und füttert das dann an den GCC ähm das heißt man kann dem GCC tatsächlich auch nochmal ähm Optionen übergeben nämlich hier mit diesem Opt C und dem übergibt man natürlich auch nochmal die Optimierungs Flex und auch eine schöne Option ist dieses Fast Math Fast Math ist nämlich quasi ähm jetzt kommt ein bisschen Grundschulmathematik A mal B plus A mal C hat man an der Grundschule gelernt kann man optimieren also optimieren im Sinne von vereinfachen so das kennt jeder richtig kann jeder Mathe das funktioniert bei Flunting Point Operationen nicht das gibt ein unterschiedliches Ergebnis und es gibt glaube ich keine gute Alternative oder ja genau das Einzige was dieses Fast Math macht ist halt solche Operationen zu erlauben zu sagen ja interessiert mich gar nicht was du denkst was jetzt irgendwie richtiger Code sein sollte ich will meine Grundschulmathematik auch vom Compiler machen lassen was tatsächlich dazu führt dass am Ende der Code schneller ist oft manchmal vielleicht ja eben das ist kommt halt wenn man wenn man Fächer hat halt wirklich irgendwas was etwas unterschiedlich ist aber gerade wenn man einfach große Summen von kleinen Summen abzieht oder sowas dann kriegt man halt einfach relativ schnell bei Floating Point Probleme Floating Point Präzision ist nochmal so ein ganz anderes Thema dasselbe gibt es auch in Haskell als Paket ist tatsächlich einfach nur ein kleines Paket in dem so ein paar paar Regeln für den Compiler drin festgelegt sind dann macht er das schon auf Haskell Ebene funktioniert auch ganz gut habe ich bisher auch eigentlich immer benutzt wenn ich irgendwas schnelles haben wollte kann nicht so viel wie der C-Compiler aber das meiste davon und die letzte Variante ist halt statt dem GCC hier die Low-Level Virtual Machines benutzen einfach mit dem Flag dann funktioniert das hier noch und das hier glaube ich schon nicht mehr aber dafür muss man sich mit dem LLVM beschäftigen um zu gucken was für Parameter man da übergeben kann der LLVM kann schneller sein muss aber nicht und im Zweifelsfall testen 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 warum hab ich den da hingemacht damn ach ja richtig ich hatte ja gesagt ich wollte so ein richtig schönes Beispiel so einen Sortieralgorithmus machen und egal was ich versucht habe der war immer gleich schnell weil GHC nämlich jedes Mal wenn ich irgendwas rumgewurschelt habe das einfach wieder in den selben Code kompiliert hat dementsprechend man sollte dem GHC in 90% der Fällen vertrauen der macht meistens die Arbeit richtig und wie gesagt das war jetzt Min Nummer sieben und davon habe ich euch nur viel gezeigt weil die meisten davon gleich schnell sind egal wie man sie schreibt zusammenfassend wie viel Zeit habe ich noch das gut richtig gutes Timing wenn ihr wirklich schnell einen Code haben wollt geht von diesem Box Kram weg versucht den zu vermeiden die Tools sind wirklich das Unboxing Strictness und Inlining um das Ganze irgendwie hinzukriegen generell wenn ihr irgendwo einen Akkumulator habt wenn ihr so ein Fold macht seht zu dass der Akkumulator strict ist selbst das Fold L Prime ist nicht strict wenn es nochmal irgendeine Datenstruktur baut ja okay das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wenn ihr eine Datenstruktur habt baut die lazy in the spine strict in the leaves hieße so viel wie wenn ihr einen Baum habt baut den eigentlichen Baum also die ganzen Knoten macht die lazy macht die nicht strict weil sonst würde nämlich jedes Mal der ganze Baum gebaut werden sondern macht nur die leaves strict damit dass ihr da ein bisschen Daten spart und nach allem baut nicht zu viel Optimierung ein weil sonst verschwendet ihr da voll viel Zeit Dankeschön Frage Hagen weil noch haben wir fünf Minuten glaube ich fertig ich